Hallo, ihr nach Benzin riechenden Testosteron-Bomber und willkommen zurück auf den Straßen, hier in Vollgas, Full Throttle. Ich muss sagen, bisher finde ich das Spiel tatsächlich ganz cool, es ist halt schon immer wieder so, es hat halt, es hat halt, es ist ein LucasArts Adventure, das merkst du und das spürst du. Ah, Mann. Was muss ich denn jetzt noch machen? Ich hoffe, das ist kein Bug. Weil eigentlich habe ich ja alle Straßenraudis schon besiegt und habe ja das Nitro. Irgendwas sagt mir, die Brücke ist kaputt. Vielleicht die Ruine da und die riesige Explosion und alles. Okay, komm. Wir prügeln uns nochmal ein bisschen durch die Straßen. Vielleicht funktioniert es ja. Da ist wieder die Biker-E-Lane. Ey, guck mal, was ich da habe. Kettensegel. Wir sind krass, wir sind hart, wir sind maskulin. Wir sind die vollendete Männlichkeit. Wir sind so maskulin. Im Männlichkeitstest in der Cosmopolitan haben wir die volle Punktzahl erreicht. Wir sind so maskulin, wir stehen in kompletten Einklang mit unserer femininen Seite. Wir sind so maskulin. Wir schneiden Blümchen mit der Kettensäge. Wir sind so maskulin. Ich fände es ja eigentlich ganz schön, wenn der Waldschirm noch mal kommen würde. Es kommen ja irgendwie immer nur dieselben zwei. Ich finde das ein bisschen schade, dass das Spiel scheinbar einen Bug hat. Aber es sind nur die deutschen Versionen. Die deutsche Version von Day of the Tentacle Remastered hat ja auch ein paar Bugs, die nie gefixt wurden. Was ich irgendwie schade finde. Oh, und die deutsche Version von Tales of Monkey Island kannst du teilweise gar nicht durchspielen, ohne irgendwie einen Trick anzuwenden. Und da kam auch nie ein Patch. Immer dieselben. Ich muss vielleicht echt mal googeln, ob es da irgendeinen Bug gibt. Irgendeinen Grund, warum ich nicht weiterkomme. Ich glaube, ich brauche das Nitro. Aber ich habe den Biker mit dem Nitro ja schon besiegt. Das ist die coole, rothaarige. Mehr? Bisschen Kacke. Wieder der. Kettensegel. Jetzt ist er sauer. Auf dem Motorrad vor mir fährt ein junges Mädchen. Sie fährt allein und sie scheint hübsch zu sein. Sie hat ne Kettensäge und damit greift sie mich an. Und jetzt liege ich hier auf dem Asphalt. Puh. Jetzt da irgendwie noch eine andere Irgendeine andere Kleine Nebenstraße, auf der ich die richtigen Gegner finde Ah cool, das kann man auch mit Tastatur steuern Das ist ja viel angenehmer Komm her Ah, ja, sei ruhig sauer Was denkst du, wie sauer ich bin? Ich hänge nämlich in dem Spiel fest Lerne jetzt mal fahren, Junge! Ich muss sagen, die Sequenz hier erinnert mich gerade sehr stark an, ähm, ähm, Rebel Assault, an Star Wars Rebel Assault. Aber es bringt mir halt, Gott, gefühlt echt nix Äh, ja, Kettensäge Tja Ich glaube, ich mach mal einen kleinen Schnitt Und Google mal, was mir gerade fehlt Warum ich nicht weiterkomme Oh, der ist neu, oder? Oh, der ist neu, oder? Felt sich mit mit? Oh, der ist neu, oder? Oh, der ist neu oder? Was ist neu, oder? Ich hänge im Spiel. Und das geht mir auf den Sack. Ich hänge im Spiel fest und das geht mir auf den Sack. Ich hänge im Spiel fest und das geht mir auf den Sack. Ja, ich hänge im Spiel fest. Oh yeah. Und ich mache jetzt einen kleinen Schnitt. Okay, okay. Ich habe gerade mal geguckt. Das Problem. Gerade war ich selbst. Ich muss zurück zur Nerz-Farm. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt geht. Ich dachte, ich muss da über die Rampe. Aber mehr habe ich mir jetzt nicht durchgelesen, weil ich wollte mich nicht spoilern. Ich wollte ein bisschen rätseln. Wenn ich ein LucasArts-Adventure spiele, dann will ich mein Gehirn... ...dann will ich spüren, wie sich neue Muskeln in meinen Gehirnwindungen bilden. ...stahlharte Gehirnmuskeln. Ihr wisst schon, was ich meine. Denken und so. ... Ich fahr Motorrad und ich bin männlich. Ich fahr Motorrad und ich bin männlich. Der Motor hält auf, wenn ich im Motorrad fahre. ... ... ... Ich hab Verfolger an meinem Auspuff dran. Ich hab Verfolger an meinem Auspuff dran. Die können nix, denn ich bin besser. Und in der Hosentasche hab ich ein Messer. Und jetzt geht's durch die Kacke. Denn wir hauen auf die Kacke. Ja. Das war Nestor's schuld. Steigt schnell rein, ich habe einen Plan. Wir werden diese Korle-Göre aus ihrem Versteck locken. Mit einem Motorrad. Boah, sie hat doch schon eins. Ja, aber an diesem hat sie mit ihrem Vater gearbeitet. Ist so eine emotionale Sache. Versucht nicht, das zu verstehen. Jetzt beeilt euch. Okay. Okay, dann fahren wir nochmal zurück und gucken mal, ob wir da den liegen gebliebenen Unfallwagen irgendwie ausschlachten können. Ich fahr Motorrad, fahr wieder zurück. Ich fahr Motorrad und suche mein Glück. Ich fahr Motorrad und brauch noch nen Reim. Ich fahr Motorrad wie ein Straßenschwein. Kotflügel. Den nehme ich mal mit. Der sieht cool aus. Okay. Hoverauto. Schauen wir uns mal an. Kotflügel. Schauen wir uns auch mal an. Was gibt's hier noch? Kann ich irgendwas damit machen, mit dem Auto? Okay, was haben wir da jetzt? Das ist ein Luftkissengebläse. Können wir das in unser Motorrad einsetzen? Sieht gut aus für ein gebrauchtes Teil. Kann unser Auto jetzt, äh, unser Auto, unser Motorrad jetzt fliegen? Also ich finde, man merkt schon ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen nach, ähm, wie heißt das Spiel? Nach Brutal Legend an. Man merkt da schon die, die Metal-Einflüsse des Guten. Äh. Des Guten, wie heißt er? Tim Schäfer. In Ordnung. Ich hab genug an meinem Bike rumgebastelt. Los geht's. Yeehaw. Wobei, Yeehaw ist da falsch. Ah, okay. So viel Anlauf nehmen wir. Die gute alte Akira-Motorrad-Kamera-Fahrt. Das kennt man ja schon. Das wird in so vielen Filmen aufgenommen, äh, neu interpretiert, äh, genutzt. Ach, ihr wisst euch meine. Oh, was ist das? Eine Fabrik. Hier finde ich gerade die alte Fassung echt schöner. Da bewegen sich wenigstens die Rauchschwaden und die Wolken. Da ist jetzt das Remaster ein bisschen statischer. Aber ich mag diese Funktion, dass ich, äh, jederzeit grafisch zur Originalfassung wechseln kann. Hallo, Wicke. Oh, Katze hat mich angepupst. Okay, was gibt's hier so? Schild. Ich wollte hier schon seit Jahren mal hin. Das ist wirklich sowas wie eine religiöse Wallfahrt für mich. Eine Wallfahrt mit einer Menge Arschtreten. Oh ja. Was ist das da? Klappe. Wie die Zählentüren in der Einzelhaft. Kann ich da rein? Das ist eine große Tür. Öffne Tür. Ich bin hier wegen der Aktionärsversammlung. Mr. Ripperger hat die Versammlung verschoben, bis die Mörder von Mr. Corley gefasst sind. Alle Aktionäre sind benachrichtigt worden. Ja, nun, ich hab meinen Anrufbeantworter lange nicht mehr abgehört, Mann. Hm. Okay, was gibt's hier noch? Ich kann nach unten. Nee, das ist da hin. Was ist denn hier? Ah, okay. Ich kann hinter die Fabrik. Was ist das für ein Ding? Messgeräte. Wow. Dieser Laden hier übertrifft echt alles. Was gibt's noch? Wand. Kann ich damit was machen? Okay, was ist das? Luke. Geschlossen. Und das da? Noch eine Luke. Die ist versiegelt. Hm. Äh, nee, nee, bleib. Ich dachte, du konntest dir das hier angucken. Was ist das? Noch eine Wand. An dem Fundament muss echt was getan werden. Kann ich Luke irgendwie öffnen? Diese Waffen hatten ein ganz schönes Gewicht. Der ist für Schrauben, Muttern. Okay. Das Ding da vielleicht? Der ist für Schrauben, Muttern. Okay, was gibt's hier noch? Wow. Dieser Laden hier übertrifft echt alles. Kann ich irgendwas machen? Elektrizitätswerk am Hals haben. Hm. Der ist für Schrauben, Muttern. Okay. Was gibt's hier noch? Was gibt's hier noch? Cool. Die Corley Motors Fabrik. Geheiligter Boden. Hm. Okay. Ich überleg mir was. Aber ich bin froh, dass ich jetzt zumindest die Straßenkämpfe hinter mir hab. Und dass es kein Bug war, sondern eigenes menschliches Versagen. Also, meine Dummheit. Bis zur nächsten Folge. Tschööö. Bis zum nächsten Mal.